DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Ich muss telefonieren. Der Anruf Die Durchwahl Wählen Sie bitte die Durchwahl 1-2-3. Wie ist die Telefonnummer? Guten Tag! Hier spricht Philipp Neumann. Können Sie bitte Frau Steller sprechen? Frau Steller ist leider nicht da. Der Anruf Beantworter Die Mailbox Bitte bitte Sie bitte eine Nachricht. Die Frau Steller wird Sie bitten. Frau Steller ruft Sie zurück. Auf Wiederhören! www.dw.com 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 www.dw.com